GELENGHENHEIM MACHT SPIENEN Gut ihr Leute, willkommen zu meinem Nesplay, so wie es auch soweit. Und jetzt fliegen wir durch Ringe und äh... Ja, und... Warte mal, nee... Und es ist gar nicht so einfach, weil die Kamera nicht mein Freund ist. Hä? Hä? War das jetzt? Ach komm, das ist doch... Weißt du, flugunfähig war der in Sinne von, weil ich hier nicht mehr weiterfliegen kann. Ah, so ich glaube ich verstehe das. Wieso regnet es jetzt übrigens? Ah, erstmal nicht. Ja, mag besser, du bist wieder eine Eleon. Es liegen vielleicht doch... Liege... Es liegen vielleicht doch auf einem Wohnzuhause. Ich kümmere mich ums Aufräumen. Es würde mich freuen, dich wiederzusehen. Ja, schön, aber erklär mir mal bitte, wieso das zum zweiten Mal hintereinander gefittert hat. Und woher kommt ihr wieder her, ihr komischen Vögel? Äh, nein, ich hab dich jetzt nicht gemeint. Um hin zu sagen, ich meine die Monster da... Die ich eigentlich platt gemacht habe und normalerweise noch nicht da sein müssten. Wegen Blutmond und so. Natürlich ist er auch wieder da. Hä? Nicht. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Naja, warum soll er auch immer da sein? Habe ich eigentlich die... äh, seine Zehnägel und so? Naja, fleischsprung ich ja so gehalten. Ähm... Ähm... Doch, ich scheine die... Nee... Ja klar, toll. Hab den Typen platt gemacht, aber... Darfst du nichts von ihm behalten? Äh... Äh... Hm... Versuchen wir mal was... Ablegen? Ach, Moment mal... So... So... Äh, komm schon Blitz. Du schlägst auch immer so ganz gerne ein. Na los, komm! Die hast du nie so lange gewartet. Äh... Ernsthaft? Ich dachte, sie würden sich elektrisch schladen, aber... Satze mit X war wohl nix. Schnell... So... So... Datenschutz... Okay... Warte mal... Hm... 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 Das Ding fällt eh nicht... Ach komm... Ernsthaft... Ich hab keinen Bock auf dich... Oh... Äh... Niemand da! Ja... Oder die überlegt, der dich in die Pfanne hauen will... Äh... Was ist denn sein Problem? Was ist denn sein Problem? Sag mal... Geht's noch? Ähm... 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 Hä... Ich wollte die holen, aber... Oh... Ähm... Oh... Oh... Fisch... Das nehme ich überdanken... Gerne... Wie dumm... Na... Was haben wir hier drinnen, Freines? Reise... Reise... Äh... Doch nicht... Hm... Naja... Die Nachbarn ziemlich unangenehm sind... Das könnte man sich anlocken... Versuchen wir's mal... Vielleicht mögen sie das... So... 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 Hat der irgendwie mich zur Seite geschubst? Das nehmen wir nochmal... Ja... 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 Hier sind ja ähm... Ja... Palme... Also... Palmfrucht... Flizid wie... Kokosnuss... Hier holen wir uns... Äh... Wenn Link sich in mein Gen schließt... Äh... Link... Könntest du mal... Ja... Ja... Okay... Er möchte eigentlich lieber so klettern... So... Dass er halbwegs Kopf überhängt... Hm... Mal sehen... Dass ich aus dem so machen werde... So aus dem... Kokosnuss... Wer hat die Kokosnuss... Wer hat die Kokosnuss... Wer hat die Kokosnuss... Wer hat die Kokosnuss geklaut... Na... Wer kennt das Lied? Ach... Das war eigentlich mein Lieblingslied gewesen... Na... Der Lehrer... Der es immer so vorgesungen hat... Hat... Also... Der hatte echt ne tolle Stimme dazu gehabt... Hm... Seltsam... Also... Seltsam... Dass ich mich jetzt so daran erinnere... Weil... Naja... Ich habe hier... Ich sage... Keine hohe Meinung... Über... Über... Lehrere... Also... Ich sag ich mal... Zu 95%... Ähm... Würde ich nicht gerade als... Naja... Als fähig bezeichnen... Weil ich finde nämlich unter Anlass auch ein Lehrer... Eigentlich auch... Äh... Eigentlich auch... Ich sag ich mal... Objektiv reden soll... Und nicht... Ja... Also... Objektiv... Die Sache reingehen sollte... Und nicht irgendwie so... Letztendlich seine eigene Meinung... Als... Als sich Ware verkaufen... Solche Hayopiles gibt es ja leider mehr als genug... Und ich finde das... Und das hasse ich... Ich finde das so extrem nervig... Wenn die so tun... Ja... Wir sind Lehrer... Wir sind gebildet... Wir wissen das mal besser... Und so... Bla... Bla... Und... Manu denkt... Alter... Halt doch die Schnauze... Du magst zwar ein Lehrer sein... Aber du bist nicht allwissen... Du bist auch ein Mensch mit Fehlern... Also... Bitte denk mal daran... Wenn ich ihn auf der Insel bleibe... Naja... Mir gefällt es hier irgendwie... Schade, dass hier so viele Monster sind... So kann ich nicht... Wach hier so... Och ja... Hier bleibe ich jetzt erst mal... Und... Rat mit Fisch und all das... Hm? Ach du schon jeder... Ich hoffe nur, dass diese komische... Äh... Äh... Windringnummer... Keine irgendwas ist... Was sie machen muss... Um irgendeinen Schrein freizukriegen... Jawohl... Wir haben hier... Naja... Mehr ist genug... Mehr ist genug Schreine hier... Also... Der müsste reichen... Ja... Dann sind wir alle wieder... Haben wir genug... Tatsächlich... Wir tun... Wir tun... Das sind viele... Ich will... die in hier in Lager sind. Autsch, ich wollte was anderes. Ey, also, haut ab! Hey, wo ist das Fleisch? Das wollte ich klauen. Menno, das habt ihr so aufgegessen, hä? Hey, Vorsicht. Schade. Oh, okay. Oh, 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 oh. Achtung, warten wir mal, so, hä, so, gut, den essen wir auch. Ach, das ist ein Vogel, ich dachte, was läuft denn da so rum? So, dann wollen wir mal gucken, was das hier ist. So, ich hätte mich eigentlich hochtalipotieren müssen, aber ich kletter jetzt nur ganz gerne. So, da muss ich mal langsam mal wieder mal eine Pause machen. Alter, wieso werde ich so müde wieder mal? Wo kommen immer die Felsen her? Könnte jemand mir das mal verraten? Hallo Leute, ich will nur vorbei. Macht doch nicht, dass ich mir schreie, nur weil ich hier lang gehe. Also wirklich, Leute. Ich glaube, die haben einfach Angst, dass ich ihr Fleisch klaue. Tschüss! Ich hätte jetzt immer keinen Bock auf die. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, hier sind Fische. Äh, ja, das war jetzt nicht. Habe ich nicht irgendwie mit Wachosier raus? Wie so eine Hapone? Na dann her. So. Hier gefällt es mir eigentlich auch, weil hier sind keine Monster. Oh, Heizfäule. Toll. Was war hier, Fisch? So. Ich soll jetzt aufpassen, dass ich die in dieser kleinen Fütze ertrinken. Das wäre doch peinlich, oder? Was macht sich die Spaß, hier zu planschen? Äh, ihr! Hey! Fisch! So, jetzt habe ich das leer gefischt. Keine Sorge, bei der nächsten Flug kommt neue. Aber, ja, hier ist es schön ruhig. Hier braucht man keine Angst zu haben. Dass hier irgendwelche Monster kommen. Okay, außer nachts. Hm. Ach, kehren wir mal wieder da zurück. Ich hätte nie daran gedacht, dass ich da irgendwie kein Problem habe, dass Link tatsächlich jetzt in anderen Klamotten rumläuft. Ganz zeitlich. Ohne Sahin, grüne Tunika und Zipfelmütze. Also, dass es immer noch für mich noch Link ist. Aber es ist für mich immer noch Link. So, der hat dann dieses mühse Wetter wieder gestillt. Oh ja, toll, ich sehe gar nichts. Wow, 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 vorsichtig, Link. Hier ein Stück? Na, versuchen wir mal. Woher nehme ich jetzt dorthin? Ja. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo ich hinkomme, aber egal. Irgendwie werde ich schon da hinkommen. Ja, da sehe ich was, dann würde ich mal da hin. Blindflug, Leute, Blindflug. Aha, da bin ich ja also. Wow, habe ich mich jetzt erschrocken wegen der Zeit. Okay, das will ich noch erforschen. Dann ist auch Schluss. Und dann ist es, dass es sich weiter gibt.